hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von 7 days to die ja wie ihr seht es ist 13 uhr ich mache das ja jetzt immer so dass ich ein bisschen vorarbeite damit es für langweilig ist und wir ein bisschen questen können also habe ich hier nicht so viel und wie läuft es hier so hier also sieht das so aus zement könnte ich auch noch machen ja ich habe ja gesagt ich mache das aber so kleinigkeiten mache ich jetzt mal kurz eine maschine weg da noch anstellen was was brauchte ich für betonmischung ich hab schon wieder vergessen bruchsand kleine steine ja das sieht schlecht aus da habe ich glaube ich keine mehr das macht nichts das machen wir dann ein anderes mal ja irgendwas wollte ich noch bauen oder gucken ob wir es bauen können da war doch irgendwas ich habe es aber wieder vergessen genau habe ich noch nicht ne diese blöde axt erntewerkzeug müssen wir mal beim bauern vorbei oder so ähm ja ich werde mal hier jetzt alles ein bisschen reinlagern was wenn ich brauche manchmal hier bei nahrung im moment hin die hole ich mir irgendwann mal ab wie schaut es aus mit essen trinken habe ich mich nicht darum gekümmert und essen ist okay das können wir mitnehmen und ihr kotzenfutter beste kotzenfutter ach da habe ich ja noch was ähm räuberhandschuhe ich möchte endlich mal vernünftige vernünftige wegzauge haben also und dass ich die pilze dann habe ich eigentlich eine quest angenommen gehabt ich glaube ich habe hier etwas so ja ich nehme einen tag nach meinem geburtstag auf ja mein geburtstag ist nicht so erstmal vielen dank für die großartige spende die ich bekommen habe ich habe mich schon bei ihm bedankt ja folgendes ich war gestern beim arzt ich habe ja vor zwei jahren november 22 wurde ich an halswirbelsäule operiert dann juni 23 an der schulter september 23 an der lendenwirbelsäule wurde mir versteift und halswirbelsäule hat man halt auch versucht zu versteifen ein halswirbel ist wieder zusammengewachsen aber der vierte halswirbel nicht da ist die schraube locker deswegen habe ich auch immer kopfschmerzen und auch rückenschmerzen wenn ich lange sitze das heißt für mich ich muss leider wieder operiert werden was mich natürlich sehr nervt da ich so langsam aber sicher die nase voll habe ach die könnten wir auch mal ausprobieren jetzt wo ich sie sehe selbstgebautes ja ok das geld kann ich irgendwo wo soll ich denn das geld noch rein machen habe ich da irgendwie was bei krimskrams oder ach komm das lasse ich in den dingen drinnen wir gehen jetzt los wir wollen ja sowieso zum händler ich habe jetzt auch nicht auch nicht geguckt hoch ob ich schon also nachts ist immer hier sehr viel krawall da ich hier alles laufen lasse so hast du noch was drin ich weiß es gar nicht oh ja shit das sind aber hauptsächlich sachen die ich verkaufen will genau ja das heftchen habe ich gefunden aber das wollte ich dann mit euch noch machen zwei stück für die werkstatt wasser und das das kommt ja rüber in unsere andere location nicht hier so dann machen wir das geld mal da rein Vorschlag haben wir auch den brauche ich nicht unbedingt jetzt ich will irgendwas da trümmern aber das wollen wir ja nicht handschuhe können wir mal eben gucken hier sind wir ich glaube ich habe auch ein paar punkte ne ich habe schon was habe ich denn für welche plünderehandschuhe die sind gut räuberhandschuhe kannst du auch verkaufen so jetzt aber nochmal habe ich eine quest keine ahnung ne irgendeine quest nein ähm Fertigkeiten wir haben einen punkt und wo setzen wir den denn rein gibt es nicht irgendwie was für Elektrizität hier hier vor sich stark strom ok so ich muss noch der Händler ist da ok ist auch nichts mehr gesporned oder hier ne also also oh ich muss aufpassen ich habe ja hier ein paar Löcher gegraben so oberflächlich ja ok ähm ja also ich habe meine Operationseinwilligung noch nicht gegeben weil ähm ich mir das noch überlegen wollte will ich mit den Schmerzen weiterleben oder lasse ich mich doch nochmal operieren also Operation ist nicht so eine große Sache er muss halt wieder die Naht aufmachen dann das Teil was er eingepflanzt hat wieder rausnehmen und äh er macht dann was anderes rein hat er mir gesagt eine Platte oder so weil diese Klammern hat wohl nicht geholfen dann macht man dann halt was anderes rein so holen wir uns mal eine Quest ab ach ne ich wollte ja eigentlich mit euch ok wir machen jetzt hier eine Quest ok und dann gehen wir aber hier zu Yen warte mal hab ich hier noch irgendwas gelagert? ich glaube nicht äh nö könnte ja sein ok mein Jung ach Mist verdammt dass man den Kopf hat hat meine Füße ich wollte die Sachen verkaufen hier das hier das hier selbst gebaute Pistole ne ich hab ja eine bessere ich brauch die nicht ich hab schon ne die ganz die ganz da so das verkaufen wir ich nehm auch mal Geld mit vielleicht kauf ich mir ein paar Hefte bei ihm ach ich sollte auch mal die Türen zu machen so ach ja eigentlich braucht man die Türen nicht zu machen mir ist passiert mir ist passiert dass ich bei ihm war und ne Wanderhorde ist gekommen die haben sich irgendwie gestapelt so dass einer da rüber gefallen ist hab ich gesehen mir war nichts weiter gedacht bin ganz normal zu ihm rein hab mit ihm gehandelt auf einmal krieg von hinten einen auf den Kopf aber die aber er tut nichts er steht da einfach nur er tut gar nichts was ist dein Problem ich glaub ich hab Hunger äh hier so was hast denn du für Bücher ich brauch so Ernte 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 Erntebücher was ist denn das leider von den besten in der Branche wie mein eigenes Werkzeug fertigt ich glaub das ist das ne Robotik Drohne Panzerplattenmodel Sperrjäger Nachtpirscher Technik Freak haben wir schon Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen wie dieser Gegenschaft gefertigt wird warte mit dieser Modifikation verlegen deine Roboter Drohne auf ja ich hab ja noch keinen Roboter Drohne Kneipstiegerei Fortchat Bikitas Sperr Was ist das ne ist doch gut Tching Tching da hast du Stufe 3 machen wir das doch Oh, das ist in der Nähe. Machen wir das mal. Stufe 3 Quests sind das jetzt. Oh je. Ach, mein Velo ist da. Mein Minibike. So, gucken wir mal. Ich kann... Wir können das jetzt bauen. Juchee. Aber ich hab kein Zeug dabei. So. Nachladen. Oh Gott, das ist ja nur so ein Eindigending. Ja, gibt ja gleich was. Oh. Dann mach die weg, sonst greife ich sie und da ist eh nix drauf. So. Ach ja, Durst, Durst. Durst und Hunger, ja. Okay. Suppe mal hier. Suppe mal da. Also Durst und Hunger ist weg. Sehr gut. So, machen wir mal ein bisschen Action. Kann lustig werden. Ich hab keine Rohre mitgenommen, ne? Oh, ja. Hier hab ich auch gegraben. Ich muss aufpassen auf die Löcher. Aber ich hoffe, wir werden Rohre finden. Ansonsten müssen wir... Machen wir mal eben hier das Auto. Oh, klar. Kommen wir oben raus. Oder habe ich im Inventar hier das klassische Mann? Nein, hab ich nicht. Schrauben. Also Federn kommen raus. Oh doch, Ruhe. Ein Rohr, zwei. Ach, die Dinge, Missing-Dinge. Die werde ich jetzt dann jetzt auch, ähm... Die werde ich jetzt auch... Die ist kaputt. Ich brauche einen... ...Päckli. Sehr schön. Nein, warte. Das, was wir nicht brauchen, packen wir ein. Das brauchen wir nicht. Die lasse ich auch erstmal hier, weil die brauche ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit der Schrot... Ähm... Das brauche ich auch erstmal nicht. Eisen brauche ich auch erstmal nicht, glaube ich. Ja. Knochen brauche ich auch nicht. Elektroteile auch nicht. Das... Das... Sowieso nicht. So. Dann mal los. Heidelbeeren. Oh, das Ding. Hm. Okay. Oh, das kann lustig werden. Hat gespawnt, oder wie? Ähm... Dann, äh... Benzin weg. Und das brauche ich auch nicht. Habe ich das jetzt abgelegt? Bleib mal cool jetzt. Wenn der will es. So. Geld brauchen wir auch jetzt nicht. Können wir auch hier lassen. So. Und dann... Jetzt rein. Hallihallo. Höhe. Was? Höhe. Höhe. Hallo, hallo. Ich auch treffen würde. Marleen, stehst du nochmal auf? Okay. Aber wir müssen uns beeilen, wir haben schon 16 Uhr. Okay. Lauf nicht so schnell. Du hast mich ganz kirre. Ja, guck mal alle. Ich dachte, es wäre noch jemand gekommen. Warum ist sie denn so schnell unterwegs? Das macht mich kirre. Jemand da? Oh Gott. Langsam ist verschlossen. Kann ich Ihnen helfen? Das ist auf deinem Popo. Okay, da können wir gleich reingehen. Oh, hallo. Oh, das ist ein Spucki. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Oh, hallo. Oh. Der explodiert auch. Cool. Okay. Ich habe mir nur eine Pipi-Hose. Okay. Missing. Oh. Jessica Büller. Der ist von oben ist einer runtergefallen, ne? Oh Gott. Das heißt... Oh je. Aber gut zu wissen. Bücher. Mitnehmen. Er schreckt mich doch nicht so. So, Fake. Ja, sehr schön. Und... Zwei Medizinbücher. Ein Loch ist in der Wand. Karl Otto. Karl Otto. Ähm... Munition. Danke. Und so ein Knüppel. Auch nett. Nee, Stühle nehme ich nicht mit. Muss ich Stühle mitnehmen? Nein. Bauplan Bunkerknacker-Mod. Hm. Bunkerknacker-Mod. Okay. Interessant. So, wo muss ich denn entlang? Da ist verschlossen. Jetzt hätte ich doch mal einen Vorschlag haben. Gummelfleisch. Nein. Wasser. Nahrung. Nein, ich will mit dem... Wasser. Timm mal daa. Timm mal da. Ich bin ein bisschen still. Okay, geh rein. Das ist gruselig hier. Oder muss ich hier irgendwo hoch? Sind die oben? Was mache ich denn? Doof. Ich wollte das hier... Okay. Ach, da war noch ein Gefängnis, oder? Das gehört auch noch dazu. Da müssen wir rein. Irgendwo ist da noch einer am Pennen. Ich geh mal hier so entlang, weil ich hab Angst, dass ich hier einstürze. Oh, ich kann sagen. Also irgendwo ist ein Hund. Oder irgendwo da unten. Kommst du jetzt mal raus? Ah, da ist eine Leiter. Also ist hier... Da hat was geknurrt. Ich hab Schiss. So, seid ihr wach? Ich glaub, die sind unten, ne? Ja. Ja, ich sollte entspannen. 5. Ja, komm raus! Knurrt einer. Da ist doch ein Hund drinne. Ich hasse das, was du lautschst. Ne, hier ist keiner. So, ich hab alle jetzt alarmiert. 10,000 Grad. 10,000 Grad. Und jetzt zack. 10,000 Grad. 10,000 Grad. 10,000 Grad. Wo ist die andere denn? Oh, bleib hier oben. Hier ist irgendwo ein Hund. Kannst du mir sagen, was du willst. Aber ich weiß nicht, wo. Wenn er mir einen Arsch beißt, dann weiß ich es. Ist jetzt mal Ruhe? Danke. Trotzdem ist hier noch ein Hund. Ich habe so Schiss. Ich habe noch genug Schuss. Ich habe einen Arsch mit einem Behinder. Oh, okay. Du hast die Hund. Das ist die Hand. Ich habe die Hose. Ich habe das nicht. Bücher Gerne Gott, ich bin mir das so überladen Hier geht es nicht weiter Von da sind wir gekommen Die Tür ist verschlossen Ah, weil die Leiter da kaputt war Ist mein Bike hier? Irgendwo ist bestimmt noch ein Köter Mach Tür zu Wir klettern da, aber bei der Toilette gab es noch War das hier? Konnte man noch hoch Oder auch nicht Dann springen wir in ein anderes Loch rein Also da waren wir Oder waren wir hier? Oh, das ist jetzt die andere Seite Okay, wir sollten uns ein bisschen beeilen Die Uhr tickt Verschlossen Ich Hab nur nicht gesäubert Kommt also noch Ah 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 explodiert mach was hast du die kuh wenigstens mitgenommen was bist du denn für einer hoch runter gefallen was bist du denn mein herz ach du mit deinem essen auch es ist fristig satt man die tür zu macht die tür zu ich hab noch ein paar schuss noch kann man ballern ich muss wieder hoch ich weiß völlig umsonst herzinfarkt okay wir müssen jetzt hier ist unser lot blut 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 ist gut ok lesen soll ich noch ein bisschen hier kann man weg gehen kann ich noch ein schlagstock noch ein linker verwerten haben nämlich jetzt ein gefunden der 5 weiß was passiert wieso kann ich den nicht zerlegen ich dumme den kann man auch zerlegen so habe ich noch okay ich habe noch ist der roten knopf und dann ich glaube ich auch nur munition wo haben wir geschafft geschafft so okay einmal zweimal dreimal stecke ich euch denn jetzt hin bin ich verletzt nein also die zwei bretter machen ist auch nicht fett tücher würde ich schon gerne mal und fett kann auch weg die brauchen wir für munition herstellen verdammt ich habe keinen platz stahlspecht teile Ach, die wollte ich auch verkaufen. Habe ich nicht verkauft. Okay, Plastik kann man immer wieder holen. Hier, Bücher. Planettech. Sehr schön. Sonst noch irgendwas hier? Was man da nicht Stuhl mitnehmen kann? Ah ja. Türöffner. Ich trau dem Rat nicht. Komm, geh auf, bitte. Ich habe nur drei Dietriche noch. Die kann man, glaube ich, auch selbst herstellen. Wenn man es gelernt hat. Das war sehr freundlich. Gewährteile. Maschinengewehrteile. Ich gucke, wo mein Auto ist. Mein Dreirad. Ein Dreirad. Ja. Oh Gott. Wo ist es denn? Nach vorne. Ich bin noch nicht hier raus. Verdammt, Angst. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, das ist aber blöd. Nein, nein. Schon gut. Äh. Ach so. Hier waren wir doch schon. Ja, ja. Äh. Ne, ich wollte... Pff. Ich weiß auch nicht. Was gibt es hier noch Schönes? Nichts besonderes. Electrical. Ach, das Gammelbot will ich nicht. Ich bin noch zu Hause von. Leih würde ich gerne mitnehmen. Was mache ich denn jetzt? Erst gleich. Ach, das geht. Ich würde die Munition gerne mitnehmen. Strukture Klammermott. Was macht die? Okay. Habe ich die schon hier drin? Äh, verändern. Habe ich schon. Und hier? Äh, hier. Oh, warte. Das nicht. Aber hier habe ich schon. Hier habe ich sie noch nicht. Ja, komm. Rinder. Abschließen. Die Munition ist mir wichtig. Komm. Komm. Das sind wir auch mit. Das sind wir mit. So. Wieso habe ich... Ach, die habe ich gefunden wahrscheinlich. Wollte schon sagen. Ich dachte, ich hätte keine mehr. So, wie komme ich jetzt hier raus? Oh, noch ein Polizeiauto. Ich muss mein... ... ... ... ... mein Ding ist da. Ich will schon holen. Hier ist noch eins. Ich gucke trotzdem noch. Wir müssen uns aber jetzt beeilen. Kann ich nicht mitnehmen. Ach, du hast doch Angst. Ich habe auch keine Holz mehr. Ich mache alles eben über was drüber geht. Oh, Mann. Okay, schnell, schnell. Okay. Mitnehmen. Schnell. Mitnehmen. Knacken. Aber ist auch schön hier, ne? Irgendwie gut gesichert. Nein, nein. Ich zieh nicht hier hin. Und, 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 und. Äh, Benzin. Oh, da ist noch Benzin da. Zehn mitnehmen. Und weg. Ähm. Ähm. wir haben es geschafft aber zu ihm schaffen wir es jetzt nicht mehr dann machen wir es so vielleicht zu meiner base also hier zu dieser hier vorne genau es war aufregend es war viel zu aufregend für mich ja viel zu aufregend da habe ich nichts da ist ja gar nichts drin da kann ich ja mal diese teile rein machen mit metall mache ich sofort hier einen schmelzofen rein elektroteile habe ich jetzt auch nicht hierbei nix krimskrams schmiedet auch nix kann man noch lesen das kann noch da rein ich gehe noch mal runter holen ich glaube ich schaffe den rest jetzt also das nehmen wir mit das bleibt hier das 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 kann hier drinnen bleiben ich verpiesel mich nach oben mach alles zu und ich habe gar kein holz mehr so wie es ausschaut deswegen ist das stehen geblieben steine hätte ich ein paar können wir schon mal ein bisschen mischen ich habe gerade irgendwas gesehen wo ich dachte das kann ich auch hier rein machen ok ja ich habe wirklich kein holz mehr krimskrams habe ich kohle vielleicht mal gesammelt also bei metall ich mache jetzt die dinger hier rein ist ein bisschen in ordnung und elektroteile habe ich auch noch was hier krimskrams krimskrams ja die die welche alle verschwischen also habe ich jetzt Benzin auch mit hochgenommen ähm ich muss so hier kranz kranz die Feder noch knochen ok ok ähm hier habe ich noch eine mod ist das teile und sonst ich kann hier mal welche lassen fürs nächste mal wieso klebt ihr nicht aufeinander das kann ich auch hier lassen eier nehmen mit das wäre zum verkaufen habe ich schon gelernt dann können wir hier ein bisschen reinpacken müssen wir holz sammeln ja was haben wir noch hier noch eisen aber warte mal hat es hier mehr eisen ne hier ist stein ok gut ihr lieben ja ich werde das jetzt ähm habe ich irgendwie eine truhe gemacht geschmiedetes oder so ich meine ja ja 21 stahl haben wir schon ähm die habe ich irgend aus irgendeinem aus den lampen raus gekriegt ein paar maschinen irgendwas habe ich da ein bisschen zerstört gut ihr lieben das soll es aber erst mal gewesen sein ja holz habe ich kein wir müssen holz muss ich sammeln wieder wenn ich alleine unterwegs bin also gut ich bedanke mich fürs zugesehen daumen hoch kommentare tipps und tricks immer würde ich mich sehr darüber freuen und im nächsten part geht es dann weiter bis dahin adios